Vor an der Pumpe Nade sind wir in die Six on Circle links gegangen. Ich habe die Linie nach vorn geschickt und sie laufen lassen mir wieder eingesammelt. Hier demonstrativ die Hand losgelassen, um zu zeigen, dass die Anleitung läuft. Six on Circle blockig. Es entsteht Lady Block. Dafür habe ich die Hand gewechselt von einer Schulter auf die andere Schulter. Hier. Und selbe Führung. Ich gehe mit und greife mir die Lady auf der anderen Seite. Hafenmunds. Ich mache gar nichts mit dem Körper, sondern ich gehe einfach wieder an der Pumpe Nade. Und ich kann sie raus schicken. Und am Ende Spaß. Inseite Turn, in den Stretch hineinbewegen, die Lady anhalten. Ja. Sie hält mich wieder mit ihrer Hand an der Schulter und dann lege ich los. Von eins zu drei, vier, fünf, fünf, sechs, sieben, acht. Rückwärts, leichtseitig, damit ich sie nicht trete. Und dann rauswinden aus der Hand, sodass ihre Hand hier bleibt. Und dann sind wir wieder auf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.